Wir sind die Mitarbeiter des Landkreises Schwäbisch Hall. Wir sorgen hier für erstklassige Rahmenbedingungen. Wir wünschen uns, dass die Menschen gerne im Landkreis Schwäbisch Hall leben. Ich habe das Gefühl, mein Beruf macht wirklich Sinn, weil ich einfach mit Menschen arbeiten und denen auch weiterhelfen kann. Das macht mir richtig Spaß. Am allerliebsten bin ich einfach in der Natur. In meiner Ausbildung bin ich den ganzen Tag draußen. Ich habe eine große Bandbreite an verschiedenen Themen, was total Spaß macht. Ich mag die Arbeit mit meinem kreativen Team. Die Projekte sind fachlich abwechslungsreich und aufgrund dessen kann man viel selbst einbringen. Es macht mich stolz, dass ich aus schwierigen Situationen gewachsen bin. Ich bin manchmal überrascht, wie selbstbewusst ich inzwischen auftreten kann. Ich bin Veronika. Ich bin Dr. Sebastian Kampe. Ich bin Annette Erler. Ich bin Marco. Ich bin Lena. Und wer bist du? Möchtest du Teil vom Landkreis Schwäbisch Hall werden? Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Ich bin bos primer. Dann freuen wir uns jetzt auf deine Bewerbung. Dann freuen wir uns ja. Bis zum nächsten Mal. b